herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja man kann es eigentlich gar nicht glauben wenn man jetzt hier so im hintergrund und so alles sieht aber ja einfach mal heute so keine ahnung so kleines video weihnachts video was weiß ich und ja weihnachten ohne schnee leute das ist doch mal was ohne scheiß einfach strahlend blauer himmel ja nicht ohne wolken aber relativ blauer himmel sonne und so am start also richtig schönes wetter eigentlich ich kann sogar noch mit dem roller fahren also voll witzig eigentlich mal schauen ob dieses jahr noch überhaupt noch schnee kommt das wäre es ja wird gar kein schnee mehr kommen einerseits wäre es richtig kacke und andererseits wäre es gut keine ahnung so habe ich jetzt nicht so bock auf schnee aber ja so skifahren mit dem kumpel snowboarden und so hätte ich schon voll bock drauf eigentlich und so videos zu machen vom skifahren leute das wäre eigentlich richtig geil aber ja was soll man machen und ja leute jetzt eigentlich nur noch frühe weihnachten schönes fest schöne feiertage ich denke zwischen den feiertagen und so wird auf jeden fall wie werden auf jeden fall videos kommen und checkt auf jeden fall von meinem kumpel das weihnachts special aus ohne scheiß ist richtig geil sollte jetzt eigentlich hochladen und ja das verlinke ich euch ganz oben in der infobox und ja frohe weihnachten haut rein und ciao von meinem kumpel